Ich glaube, das Grinsen sagt alles, also Spaß pur. Das ist wie wenn man mit einem richtigen Rennwagen, in dem Fall ein Veritas, auf der Autobahn hier kurz vor Monaco spazieren fährt. Macht mächtig Spaß, der Sound ist genial, stimmt alles, das Besondere auch, dass der Wagen so einzigartig ist, also kein Auto von der Stange, ja macht Spaß. Regnen, es tut weh, wenn so ein Auto natürlich nass wird, da ist Einzelstück noch, ein Prototyp, da ist man natürlich besonders vorsichtig, dass da gar nichts dran kommt. Ich bin schon sehr viele Sportwagen gefahren, die noch mehr PS haben, aber auch Autos, die weniger PS haben und leichter sind. Aber die Kombination auch von dem Design ist in meinen Augen was ganz Besonderes und ist eigenständig, kann man mit nichts vergleichen und das ist auch gut so. Also das Besondere an der Technik ist, dass wenig Technik da ist und back to basic sozusagen, dass der Fahrer noch gefragt ist, aber dass der Fahrer auch was hört, was spürt und dass einfach man dadurch mit dem Wagen zusammenwächst und eine Einheit bildet und süchtig danach werden kann. Ich dachte, noch nie gesehen, besonders wird man auch nie wieder vergessen, also gelungen. Das war es, was ich sehen, besonders principles Gracias, was du Tais zu müssen. Ich dachte, noch nicht, bin ich dir? Ich teuf, was ich, du mochte, Schuss. Ich kann mich, du gleich einig, und freue mich, und ich kann mich, dass du gerne mit einem anderen Gardinerart vergleunen, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.